so ihr lieben ich habe deswegen ja da unten das zeichen war hat gerade ein wagen geklaut aber gut ich wollte jetzt mal hier hin dann sprechen wir die noch mal an ich gebe es auf ich werde einfach alles hinschmeißen was ist los ich bin student in der oakland advanced tech wir nehmen an noodles e-card challenge teil und verlieren ständig die nobelschulen können wir nicht schlagen vor allem stanford die werden von großen firmen mit technik unterstützt wir sind nur okland es hat keinen sinn hey okland hat energie und bis okland kann es schaffen man ich bin aus okland mir gefällt wie du denkst willst du unser fahrer sein im ernst jemand muss es machen ich bin dabei ich heiße mark ist schön dich zu treffen mark es ich bin täler viel glück beim ersten her okay jetzt mario kart oder so was ben hihihi Ein Rennen für Tutten durch. Drei Runden? Ok. Einfach nur GO und schon geht los hier. Ohja. Ohja. Ohja, ohja, ohja. Ohja, du idiot. Das ist natürlich blöd, weil wir hier nichts machen können. Haha. Quade. Kann ja nichts machen. Na, müssen wir hier so ein bisschen abkürzen. Ohja, Vorsicht. Ohja, 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 ohja. Hoch. Wuhu, geschafft. Doch nicht. Merkwürdig. Zweiter. ok Soll ich eine Batterie fitten oder was? Na komm, das dauert immer ok Da haben wir jetzt mal hin ok Können wir auch so damit jetzt fahren? Haha Lustig Hui Ich lern mal das mal aus, ne Kollege? Aua ja Ram Ram Ja So ein kleines Minicard Hm Das ist aber nicht gerade schnell Palo Alto Oh Noch ein paar Meter 500 Meter Ah Hauptsache 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 Sie schlafen schon sehr lange Aber wir werden es schaffen Genau Hier soll ich hin? Hm Das sind die Ne, wieso die, weil das mich denn hier hin Hä Merkwürdig Das ist auch mal was zerstören Sektorprüfung abgeschlossen Ah Ein Roboter Guck mal nochmal hier Was haben wir denn da? Nix Hallo Oh Okay Zerstören Das ist aber Zerstören Ähm Wie soll man das zerstören? Moment Ähm Und da Das ist ganz schön Das ist nicht der Punkt Ne Noch weiter Ähm Ehm Ähm Ähm Ja Ne Ähm 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 Ja, lass mich doch mal gestockieren. Ja, hallo. Ups, oder? Ähm. Kriegt die Dinger nicht hoch? Es geht nicht hoch, die sind zu schwer. Naja, und so geht es ja auch nicht. In Ordnung, dann müssen wir die anders kaputt kriegen. Hm. Ähm. Das aber dann wegzukriegen ist nicht so leicht. Nee. Hoch? Okay, das war eins. Und wo ist Nummer zwei? Mach ich das mal so? Äh. Hopp, Alter. Äh. Hm. Drei Dinger sollen wir fitten und zerstören. Ähm. Wie sollen wir hier drei Dinger finden? Eines haben wir ja erst. Ah, eines ist da drin. Ähm. So. So. Ah ja. Sollen wir den Wagen zerstören? Hm. Ups, oder? Wie zerstören wir den Wagen? Äh. 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 Hier kommt es doch nicht rein. Sollen wir den anderen durch. Gibt es ja nicht mit den raus, ne? Ähm. Gute Frage. Ach, jetzt hat er den Elvis, ne? Ähm. Ähm. Ja. Hm. Ähm. Ähm. Wenn man so auf Stück warse. Ähm. Achso, kriege ich den nicht kaputt. Das ist das Problem. Müssen wir einfach draufballern. Lalalalalala. Hm. Tja. Hi. Ich kann nicht mehr. Nicht zu vermitteln. Und sonst so Betäubung oder sowas haben wir ja nicht. Ähm. Ne, lass mal. Da hätten wir uns irgendwo so hoch. Guck mal, ich kann da so keine Waffen oder was auch immer auswählen. Wieso kommt sie angelaufen? So. Hm. Okay. Ja, hallo. Boah, wo haben wir da? Schön weiter gehen. Schön weiter gehen. Und? So, hier. Genau, es ist alles in Ordnung. Die legen sich nur zum Mittagslauf hin. Das ist alles in Ordnung. Ähm. Bam, 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 bam. Es ist alles in Ordnung. Bäh. Der, der lebt, der. Ja, der bewegt sich da und kommt auch nicht vorwärts. Achso. Ähm. Ach, eine Frau. So. Ui. Ne, der ist da hinten. Jetzt müssen wir das hier zerstören. Erstmal das Auto. Ne, ne, du siehst mich nicht. Ich bin nicht da. Dreh dich wieder um. Hm. Geht auch woanders hin, du Typi. So. Okay, dann komm mal her. So. Zerstören. Ja, wie denn? Aha. Ja, klar. Ähm. Gut, dann müssen wir den noch irgendwie da rauskriegen. Hopsala. So, hier rum. Und dann zerstören wir das Auto. Wenn ich denn darf. So, nicht, dass man hier irgendwie wieder gesagt wird, ne, ich verlasse irgendwie ein bestimmtes Gebiet oder sowas. Was wir ja vorhin so oft hatten. Irgendwo mitten im Wald würde ich das gerne machen, wo es keiner mitbekommt. Hoppala, hoppala. So, das ist jetzt so schön weit. Was hätten wir denn hier oben, wenn wir hier weiterfahren dürfen? Haha. In Ordnung. Ha, dann gehen wir da noch weiter. Dann fahren wir doch hier nochmal weiter. Genau hier, was soll das? Guck mal, Zeit war nur übrig und zack, du bist wieder zurückgesetzt. Ey, wie doof ist das denn bitte? Du kannst gar nicht überall hinfahren. Das ist ja wohl mal behämmert. So. Na gut. Dann. Dann. Eieieieiei. So. Zerfdehöt. Hm, hm, hm. Ist es jetzt was geworden? Ja, okay, ah ja ja, das sind die ganzen anderen Fotos, gut, äh, gleich mit der Waffe, hm, so, ähm, ja, ich würde sagen, es reicht dann erstmal nach 20 Minuten wieder und dann schauen wir mal, wo war es nächstes. Was wir jetzt hingehen können, von der Aufgabe machen und so weiter, ah, hier liegt noch so viel Geld rum, Tüte mit Geld, da ist noch eine Tüte mit Geld, äh, hei, 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 hei. Was, ja, da daneben ist hier Entlassungspapiere, was wäre das? Hacke den Sonsor Computer sieht so aus, als hätte Farmingtons Angestellte aufgrund von Verbindungen zu Detzec, äh, gefeuert. Wir schützen unsere Leute, wir werden uns in eins ihrer Systeme hacken und herausfinden, was der Grund für diese Aktion war. Okay, das machen wir dann nächstes Mal. Den geht's da hin und den heißt als Entlassungspapiere. Also Leute, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.